Hi, willkommen zum zweiten Teil bei mir im Stall. Es ist noch sehr früh morgens, deshalb auch noch ein bisschen dunkel. Ich bin Miriam Lars-Steinmann, leidenschaftliche Dressurreiterin, habe mittlerweile drei Pferde und einen eigenen Stall und freue mich auf den zweiten Teil mit euch. Mira, du hast dich hier richtig was getraut. Warum war dir das so wichtig, dass du einen eigenen Hof für deine Pferde hast? Für mich steht Haltung. Der Pferd hat einfach schon immer an oberster Stelle. Für mich ist es mega wichtig, dass es meinen Pferden gut geht. Und leider ist das in vielen Pensionsbetrieben noch schwierig, das zu kombinieren. Also wirklich auf hohem Niveau leistungssportlich zu reiten und gleichzeitig den Pferden ein meiner Meinung nach optimales Leben zu ermöglichen. Also meine Pferde sind den ganzen Tag draußen. Haltung ist ein Stichwort. Fütterung. Worauf achtest du da genau? Mir ist es wichtig, dass die Pferde immer Heu zur Verfügung haben und das Gutes. Also im Winter haben sie bei uns auf der Weide auch Heu und das dann halt aus dem Netz. Da fressen sie nicht so viel, aber über Nacht haben sie es wirklich frei zur Verfügung, dass sie keine Fresspausen haben und das Kraftfutter halt wirklich auch auf das Pferd und den Trainingsstand angepasst ist. Super, gut. Super, sehr gut. Ich versuche das halt mit viel Ruhe zu machen, dass er das nicht mit Stress verbindet, aber er soll halt schon stehen bleiben zumindest und gucken, aber auf keinen Fall rückwärts gehen. Wenn er rückwärts geht, dann reagiere ich sofort. Wenn er stehen bleibt, dann warten wir. Also klappt ja mit allen aktuell alles richtig gut und da kann man sich ja dann auch drüber freuen und festhalten. Am liebsten hättest du ja einen Offenstall gehabt. Für manche Pferde ist das aber auch eine Herausforderung. Wie schaffst du es denn dann, dass die Pferde sich daran gewöhnen? Na, wir haben jetzt ja hier keinen Offenstall, sondern halt große Boxen, in denen die Pferde über Nacht stehen mit viel Sozialkontakt. Eigentlich bin ich Offenstall super toll, aber gerade bei Sportpferden, die man halt auch mit Kraftfutter zusätzlich unterstützen will, ist es im Offenstall einfach super schwierig, das Konzept möglich zu machen, weil sie eben mindestens zweimal am Tag besser öfter Kraftfutter bekommen und wenn die halt alle zusammenstehen, ist es halt schwierig umzusetzen. Noch dazu ist mein Samba in der Herde manchmal etwas schwierig mit anderen Pferden und deshalb habe ich mich für ihn für so ein Konzept entschieden. Der hat ja jetzt eine super große Box und bewegt sich darin auch sehr, sehr viel und vor allem sind sie halt auch täglich mehr als 12 Stunden draußen, auch im Winter und dadurch klappt das so auch ganz gut. Jetzt hast du drei eigene Pferde. Wie viele Pferde gibt es hier noch zusätzlich? In meinem Stall ist Platz für 15 Pferde. Ich habe das Glück, dass ich sehr viele Freunde und Bekannte dazu holen konnte, die halt genau meine Meinung teilen, was Haltung und Fütterung und auch das Reiten angeht und deshalb haben wir so eben überwiegend den Stall gefüllt und das passt alles sehr gut zusammen. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, die genau das haben wollen, was du jetzt gerade hier hast. Was würdest du denn so Menschen mitgeben wollen, wenn sie sich auf die Suche begeben? Also auf jeden Fall, dass man lieber sich mehr anschaut und sich überlegt, was man dann haben will. So war das hier übrigens auch. Ich wollte ja eigentlich unbedingt mindestens Paddockboxen haben. Ein reiner Boxenstall war für mich eigentlich keine Option, aber dadurch, dass die Boxen jetzt ja super groß sind, ist es halt ja also super entspannt. Also viel anschauen und sich einfach eine Meinung machen, was man möchte. Und du hast ja auch einen Abstrich gemacht. Es gibt keine Reithalle. Wenn es meinen Pferden gut geht, ist es auch in Ordnung, wenn ich mal einen Tag nicht reite oder ich bin ja zum Glück durch meinen Job sehr flexibel und kann wirklich ins Regenradar gucken. Das ist mein bester Freund und Begleiter geworden und kann halt danach fahren, beziehungsweise die Woche auch danach planen. Und genau, für mich war halt klar, dass wenn ich was Eigenes finde oder eben generell noch mal steil mit meinen Pferden wechsel, dass ich dann Kompromisse mache und nicht meine Pferde. Dafür habt ihr aber einen coolen Platz gebaut. Das war dir ja auch sehr wichtig, weil der Boden ist ja eigentlich fast das Wichtigste immer für alle Pferdemenschen. Da hast du aber was Besonderes gewählt. Ich würde sagen, so ein bisschen der Allrounder, so im Reitsport. Warum? Kein Sand. Kein Sand aus mehreren Gründen. Wir sind ja nicht so viele hier und normalerweise kommen ja immer so Faktoren, gerade im Sommer, wie Wässer an, mindestens einmal täglich in der Hochsaison. Und das fällt bei dem AS Ground, den wir haben, weg. Also das ist ja ein Teppichstipselboden und das sieht am Anfang immer ganz sondersam aus, ist aber für die Pferde meiner Meinung nach sehr gut für Seenbänder und Gelenke. Das hat irgendwo auch einen Umweltaspekt, würde ich sagen, weil man halt Diesel spart und Wasser spart und deshalb haben wir uns dafür entschieden, statt Sand. Und was man auf jeden Fall auch immer braucht, sind Leute, die einen unterstützen. Wer hilft dir da am allermeisten? Ich glaube, mental und auch mit aller Kraft ist das Josi, meine mitbeste Freundin. Ich habe auch ein sehr gutes Stallteam, das den Stall sehr gut macht. Aber ja, größtenteils ist das natürlich alles bei mir, das zu erledigen. Josi, haben wir vorhin schon gesehen. Josi, magst du mal kommen? Ja, komme. Mega cool. Was würdest du denn sagen, Mira, warum passt das so gut zwischen euch beiden? Ich meine, sie ist deine beste Freundin und Managerin. Ich glaube, das kann man nicht immer machen, Berufliches, mit Privatem verbinden, vor allem in so einer engen Verbindung. Josi und ich kenne schon sehr lange und haben auch beide, glaube ich, nicht so ganz einfache Hintergründe und verstehen uns dadurch, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Und deshalb ist sie auch so ziemlich die Einzige, mit der ich sowas zusammen machen könnte, glaube ich. Jetzt kannst du noch ein Veto einlegen. Stimmt das, was Mira mir hier erzählt? Ja, also bis jetzt habe ich noch Gutes gehört. Wie habt ihr euch zwei kennengelernt? Ich habe mit 15, 16 schon mal einen Offenstall gehabt, einen kleinen auch zu Pach tatsächlich. Also ein ganz bisschen kenne ich mich mit dem Selbstständigsein schon aus. Und Josi hat damals ihr Vierter mit hingestellt und so haben wir uns kennengelernt. Eine Zeit lang aus den Augen verloren, das ist jetzt aber ja auch schon viele Jahre her, acht oder so, müsste es sein? Ja, auf jeden Fall echt lang. Sehr vehement. Was würdet ihr sagen, ergänzt ihr euch gut? Wie ist das bei euch zwei? Also ich würde sagen, wir ergänzen uns auf jeden Fall. Du bist manchmal ein bisschen unsicher in manchen Sachen mit dem Pferd, aber das wird auch immer besser. Und ich bin manchmal vielleicht ein bisschen zumutig. Ich glaube auch. Und brauche jemanden, der mich ein bisschen polt. Aber ich glaube nicht. Aber ja, ich glaube die Ergänzung ist ganz gut. Also das, was du hast, dieses Mutige und einfach machen und dieses Urvertrauen, dass das irgendwie eh schon klappt, das habe ich nicht ganz so. Ich bin auf jeden Fall eher, siehst du auch die Risiken, bist du dir sicher. Mira, das sah mega aus. Kannst du mir das vielleicht auch mal zeigen oder können wir das mal zusammen machen? Ja, wenn du willst, können wir uns mal beide so vor ihn stellen und ein bisschen Abstand. Und dann hebst du einfach die Hand hoch, den ganzen Arm und sagst HEPP. Warte. Und HEPP! Oh, super! Spitze! Das ist ja eine super Abwechslung für den Kopf wahrscheinlich. Ja, genau. Gerade an Tagen, wenn man nicht so viel macht, kann man sowas dann trotzdem machen. Das ist ganz gut. Perfekt. Aber so eine kleine Macke oder so, die sie hat, gibt es da so eine Kleinigkeit, so einen Tick oder sowas? Ja, es gibt Verschiedenes. Also Mira hält sie immer sehr zurück, aber sie ist ja sehr besorgt, was ihre Pferde angeht. Also jetzt gerade als du im Urlaub warst, hast du dich sehr zurückgehalten. Aber wenn sie dann doch anfängt loszulegen, dann ist es so, kannst du noch mal unter die Decke fühlen und ob die richtig passt und vielleicht das Futter. Samba satteln? Bist du auch speziell? Ja, was machst du da? Also erstmal würde ich immer darauf achten, ob wenn jemand anders das Pferd macht, ob der Bauch richtig sauber ist. Deswegen eben gut. Und ich lege den immer nochmal nach hinten, dass wusste ich, die Haare in die falsche Richtung sind in der richtigen Position. Und ihr Reiten analysieren. Das ist so... Ihr eigenes Reiten oder dein Reiten? Nee, ihr eigenes. Also das ist so, da kann sie sich stundenlang den Kopf drüber zerbrechen und man denkt sich so, boah, war doch gut. Also natürlich mache ich auch mit und ist auch wichtig, weil sie ja auch einfach sich verbessern will. Aber das kann schon Stunden füllen. Gibt es irgendwas, was ihr außerhalb von Reiten oder so super gerne zusammen macht? Ja, also definitiv was mit den Pferden. Also an den Strand fahren. Ich glaube Strand ist ein gutes Stichwort. Wir haben ein richtig cooles Video und ich würde gerne nochmal mit dir so ein bisschen in den Erinnerungen schwelgen. Du kannst mal erzählen, wie das für dich war. Ich glaube das war das zweite Mal, wo wir in Dänemark auf Röhmö am Strand waren. Und ja, also es ist wirklich mega schön, vor allem ja toll, dass der Samba das alles so mitmacht. Neben dem Turnierreiten, was mir super viel Spaß macht und ich bin ja auch irgendwo sehr ehrgeizig, ist das irgendwie für mich total befreiend, da einfach mal eine Woche halt weg von dem Druck, den ich mir selber vielleicht irgendwo mache, zu sein und einfach zu genießen, da mit dem Pferd zusammen unterwegs zu sein. Jetzt seid ihr zum Strand gefahren, das ist schon aufregend genug, dann traust du dich auch noch da zu galoppieren und dann auch noch ohne Trense. Wie verrückt muss man dafür eigentlich sein? Ich glaube schon ein bisschen, das denkst du dir wahrscheinlich meistens. Ich habe mit Samba früher ganz viel so mit Heizringen gemacht, jetzt wo der so viel Power hat, sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus. Aber am Strand weiß ich tatsächlich auch, dass ich ihm dafür trauen kann und so Sachen wie Bocken oder so, das macht er eh immer. Das bin ich gewohnt von ihm und ja, bis jetzt habe ich mich da ganz gut umgehalten. Kein kleiner Moment, wo man mal Schiss hatte? Vielleicht ja, kurz und dann so gut auch umgeblieben, aber ich bin da eigentlich immer sehr, ja, mutig würde ich sagen. Mirra, vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier bei dir zu Gast sein durften, das war echt mega. Ich würde sagen, folgt Mirra auf ihrem Instagram Account und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.